Was ist das, was ist das, was ist das, was ich schade finde? Vor- und Nachteile. Mein Vortrag heute beim Bundesverband wird sein, was gibt es für verschiedene Krankheitsbilder im Bereich der angeborenen Gefäßfehler und welche Bedeutung haben diese Unterschiede, diese differenzialdiagnostische Einordnung des genauen Krankheitsbildes für die Therapie eines einzelnen Patienten. Das ist unser Vortrag heute. Nächste Slide. Erstmal zu den verschiedenen Krankheitsbildern, die wir so in unserem Bereich klassischerweise präsentiert bekommen, wenn Sie in einem Zentrum arbeiten. Dann sehen Sie zum Teil so blau-schwammartig mit langsamem Durchfluss klassische venöse Malformationen. Diese venöse Malformation kann nicht nur an der Haut sein, dann ist sie schön blau, sondern die kann auch hier zum Beispiel, ist sie im Dickdarm, auch so ein blauer Schwamm. Das kann natürlich dann daraus bluten, eine ganz andere Symptomatik als eine venöse Malformation am Arm oder hier ist es im Bereich des Endolarynx und wenn diese venöse Malformation sich entzündet oder größer wird, dann kann es einfach dazu führen, dass die Luftwege verschlossen werden bei einem Patienten. Hier eine Patientin mit einer arteriovenösen Malformation, die wirklich größer werden kann, die zu Ulzerationen und Blutungen führen kann. Arteriovenöse Malformationen, ein sehr schwieriges Krankheitsbild. Ein Patient auch mit einer arteriovenösen Malformation, die einen hohen Durchfluss hat, da pulsiert es, wenn das durchfließt und durch den hohen Druck, durch diese Kurzschlussverbindungen zwischen Arterien und Venen, kommt es auch dazu, dass die Venen sich dilatieren und die können dann solche riesigen Aneurysmen bilden, wie Sie hier sehen und diese Aneurysmen, die können dann sogar platzen. Hier ein Baby mit einer kombinierten kapillärvenösen Malformation, Sie sehen hier vielleicht so durchschimmernd die venöse Malformation einer Marginalvene und an der Haut der Nevus flammius das Feuermal, das ist die kapilläre Malformation, so wie wir dies heute klassifizieren. Und das Ganze ist einfach doch ein sehr bunter Strauß an unterschiedlichen Krankheitsbildern und wir werden versuchen, jetzt mal ein bisschen eine Ordnung da rein zu bekommen, weil bevor wir therapieren, müssen wir wissen, was es ist. Erst denken, dann handeln. Nächste Slide. In dieser Klassifikation, die von der ISFA, der International Society of the Study of Vascular Anomalies, alle paar Jahre mal abgedatet wird und die es schon lange gibt, unterscheidet man im Prinzip zunächst einmal zwischen, alle Vaskulären, alle Gefäßfehler werden eingeteilt in Gefäßtumoren oder in Gefäßmalformationen. Die Gefäßtumoren, das sind echt aktiv, proliferativ wachsende Raumforderungen, können grundsätzlich gutartig sein, können so semi-maligne sein, lokal aggressiv, aber ohne Metastasen oder sie können bösartig sein, dann das kann bis zu Metastasen und das ist auch im Prinzip dann eine potenziell fatale Erkrankung. Und davon abzugrenzen sind die Gefäßfehlbildungen, die sind nicht zellproliferativ, sondern das sind einfach fehlgebildete, schon seit der Geburt, fehlgebildete Zellgefäße. Und diese Gefäße werden immer unterteilt in Arterien, in Venen, in Lymphgefäße, je nachdem, was das für welche sind, oder in die Kapillaren an der Haut, die kapilläre Malformation. Also grundsätzlich gibt es venöse Malformationen, lymphatische, kapilläre und dann die artervenösen Malformationen, bzw. die artervenösen Fisteln. Da ist ganz klar, wo im Gefäßbaum hier die Fehlbildung stattgefunden hat. Und diese einzelnen, einfachen Gefäßfehlbildungen, die gibt es auch noch kombiniert. Also zum Beispiel eine kapilläre Malformation mit einer venösen Malformation kombiniert, ist eine kapillär-venöse Malformation. Also die Gruppe der einfachen, nach einem, nur eine fehlgebildete Gefäßart, die Gruppe der kombinierten mit Kombinationen aus einzelnen Gefäßarten. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe bei den fehlgebildeten Gefäßen. Das sind die, bei denen auch noch Weichteilgewebe fehlgebildet ist. Meistens in Form eines umschriebenen Großwuchses. Das Klassische davon ist das Klippel-Trenony-Syndrom, über das wir gleich noch reden werden. Aber auch Kloff-Syndrom, PROS, alle möglichen Proteus. Das sind alles Erkrankungen, bei denen fehlgebildete Gefäße mit fehlgesteuertem Wachstum kombiniert sind. Nächstes Bild, bitte. Um das nochmal einfacher zu machen und für sie zugänglicher, wir unterscheiden zwischen vaskulären Tumoren. Da ist zum Beispiel das infantile Hämangiom dabei, das Hämangiom des Säuglings, das bei Geburt noch nicht da ist, das langsam größer wird und sich dann zurückbildet. Das ist ein sehr häufiger, der mit Abstand häufigste Gefäßtumor. Und die vaskulären Malformationen, die eingeteilt werden in einfache Fehlbindungen, venöse Malformationen, in kombinierte kapillär-venöse Malformationen. Oder die Malformationen von Gefäßen, die auch mit einem Großwuchs zum Beispiel eines Beins, das Bein ist länger, das Bein hat mehr Umfang, dann geht es in Richtung eines Klippel-Trenone-Syndroms. Also so klassifiziert man grundsätzlich diese Erkrankungen. Und es ist ganz wichtig, das zu tun, weil die Therapie abhängig davon, in welche Erkrankheitsgruppe sie reingehören, total unterschiedlich sein wird. Nächstes Bild, bitte. Hier also nochmal zusammengefasst, so für Sie auch bildlich, damit Sie sich das vorstellen können, wie die einzelnen Klassifikationen als Gruppen aufgeteilt sind. Auf der einen Seite die vaskulären Tumoren. Säugling, hier direkt nach der Geburt, sieht man nichts, vielleicht so ein ganz bisschen so Precursor, also so Vorboten, wie so eine Teleangiektasin, aber man sieht im Prinzip nicht viel. Zwei Monate später eine rote Fläche, die immer größer wird und vielleicht auch dicker wird. Das ist das klassische infantile Hämangium. Proliferativ, ein Tumor, solide, das wird größer. Ganz anders, die vaskulären Malformationen, die Sie hier sehen, eine vaskuläre Malformation, eine einfache Art, ist die venöse Malformation, ein Schwamm, blau, Sie drücken drauf, das besteht nur aus Gefäßwänden, innen drin ist Blut, ganz einfach zu finden. Dann gibt es kaum eine Differenzialdiagnose dafür. Die lymphatische Malformationen gibt es als größere oder kleine Lymphzysten, die sind häufig auch bei Kindern zu finden, das ist eine Schwellung, die Haut drüber ist nicht irgendwie verfärbt. Und wenn Sie im Ultraschall das anschauen, dann sehen Sie lauter Zysten, echo frei innen drin, klassisches Bild. Oder, und hier, was Sie sehen, das ist was anderes, das ist eine arteriovenöse Malformation. Kurzschluss zwischen Arterie und Vene, das Blut fließt mit hohem Druck aus der Arterie über diese Kurzschlussverbindung, über diese Schanz, über die Venen wieder ab. Und das heißt, Sie haben einen ganz schnellen Blutdurchfluss. Diese Lesionen, die sind warm, wenn Sie die tasten, das pulsiert. Das ist eine völlig andere Art von Gefäßfehler als eine Venöse oder eine lymphatische Malformation. Und besonders aufmerksam, auch nach anderen Dingen suchen, müssen Sie natürlich, wenn Sie nicht nur eine Gefäßfehlbildung haben. Hier in diesem Fall ist es eine kapilläre Malformation kombiniert mit einer lymphatischen Malformation mit so kleinen Stippchen. Da läuft die Lymphe auch noch aus. Sie sehen hier, das Bein ist ein bisschen dicker, das ist ein Lymphödem, das da begleitet noch dabei ist. Und das Bein ist auch länger als das andere. Hier noch ein paar Narben von Voroperationen. Da müssen Sie insbesondere auch schauen nach der Behandlung der lymphatischen und der kombinierten Venösenmalformation, weil da gibt es tatsächlich Probleme mit Thrombosen und Lungenembolien auf Dauer, wenn Sie das nicht adäquat behandeln. Nächstes Bild. Hier nochmal ganz einfach im Ultraschall, auch für Sie, wenn Sie nicht so gut sich im Ultraschall auskennen, ganz einfach zur Unterscheidung zwischen einem vaskulären Tumor und einer vaskulären Malformation, einer Fehlbildung primär. Das ist ein subkutan gelegenes infantiles Hämagiom, also ein Säuglingshämagiom, das solide ist. Wenn Sie hier im Ultraschall, also hier ist die Oberfläche, das schwarze hier ist der solide Tumor. Wenn Sie da draufdrücken mit der Ultraschallsonde, dann können Sie das nicht zusammendrücken. Das ist nicht wie ein Schwamm. Das ist solide, das ist nicht kompressibel. Das besteht aus lauter sich vermehrenden Zellen, ist eben ein Tumor. Hier auf der anderen Seite, das ist das sonographische Bild einer klassischen Venösenmalformation. Da haben Sie im Prinzip ein paar dünne Wände und innen drin ist Blut. Und wenn Sie da draufdrücken, das ist wie so ein Schwamm, das ist nicht solide, das ist kompressibel. Wenn Sie da draufdrücken, dann können Sie das ausquetschen. Dann wissen Sie gleich, das kann kein Tumor sein, weil einen Tumor können Sie mit einem Ultraschallkopf nicht zerquetschen. Genauso hier, das ist eine klassische große Makrozyste einer lymphatischen Malformation. Das ist flüssigkeitsgefüllend, in dem Fall bei der Venösen ist Blut drin, bei der lymphatischen Lymphe drin. Also wenn man das anpunktiert und aspiriert, dann kommt da so gelbe Lymphflüssigkeit raus. Das ist kompressibel, das kann niemals ein vaskulärer Tumor sein. Okay, next slide. Warum interessieren wir uns dafür, überhaupt das so einzuteilen? Weil es, und das ist der wesentlichste Punkt meines Vortrags, abhängig davon, was es für ein Gefäßfehler oder ein vaskulärer Tumor ist, eine Malformation oder ein Tumor, die Therapie unterschiedlich ist. Und das sind jetzt mal hier die klassischen Gefäßmalformationen. Eine lymphatische oder eine venöse Malformation, das ist ein Prinzip, ein Schwamm mit dünner Wand und mit Lymphe oder Blut gefüllt. Das ist ideal, wenn man so Risiko und Nutzen bewertet, das ist ideal zu behandeln mit einer Sklerotherapie. Sklerosierung, das bedeutet, Sie punktieren das an unter Ultraschall, spritzen ein Mittel ein, es kommt zu einer Entzündung, dann wird es erstmal dicker und so über Wochen bildet sich diese Entzündung zurück. Und es zieht sich zusammen und geht dann zu. Also, langsamer Durchfluss, Sklerosierungstherapie. Man kann das auch mit Lasertherapie, interstitielle Lasertherapie behandeln, ist allerdings im Vergleich zum Fortschritt in den Sklerosierungstherapien heutzutage eigentlich weitgehend in den Hintergrund getreten. Wird in einzelnen, sehr spezialisierten Zentren noch gemacht, ist aber nicht mehr so der Mainstay der Therapie. Genauso gibt es auch nochmal einzelne Malformationen, die man resizieren kann, auch das Spezialisten vorbehalten. Aber wenn ich sage, wie viel Risiko habe ich, was bleibt übrig als Langzeitfolge, dann ist wahrscheinlich für diese einfachen venösen und lymphatischen Malformationen, die Sklerosierungstherapie ist zumindest das, was heute mit Abstand am häufigsten angewandt wird. Eine kapilläre Malformation ist etwas, was Sie nur an der Haut haben. Das sind diese roten Flecken. Das geht gar nicht tief rein, das sehen Sie in der MRT gar nicht, das sehen Sie im Ultraschall gar nicht. Das ist einfach ein roter Fleck an der Haut. Dieser rote Fleck, das sind die dilatierten Kapillaren an der Haut. Wenn Sie das irgendwo am Rumpf haben, dann sieht man es vielleicht, wenn Sie ein Bikini anhaben. Aber normalerweise sieht man es nicht. Ich könnte jetzt hier eine große kapilläre Malformation haben und hätte kein Problem damit. Wenn es hier irgendwo im Dekolleté ist oder im Gesichtsbereich, dann ist es schon was anderes. Oder hier im Handbereich, sodass man es immer sieht, diese Verfärbung. Es kann doch so sein, dass es ästhetisch bedrückend wirkt für den Patienten. Und nachdem es nur die Haut betrifft, kann man es auch schön oberflächlich lasern. Leider ist es so, dass die Lasertherapie auch mehrfach durchgeführt, nicht bei jedem Patienten zu einer vollständigen Verblassung dieser kapillären Malformation führt. Aber das ist eindeutig eine Domäne der Lasertherapie, weil es nur in der Haut ist und nicht drunter. Ganz anders, aber die dritte Gruppe, das sind die Arteriovenösen Malformationen oder Arteriovenösen Fisteln. Der Unterschied ist so ein bisschen die Arteriovenösen Malformationen, dass dieser Kurzschluss zwischen Arterien und Wehen ist über so ein Netz, über ganz viele kleine Fisteln-Schandverbindungen. Und bei der Arteriovenösen Fistel ist es ein direkter Connect. Also da haben Sie einen, vielleicht zwei Rohre, die direkt die Arterie mit der Vene verbinden. Aber im Prinzip sind das High-Flow-Läsionen, also hoher Durchfluss. Wenn Sie im Ultraschall, das ist warm, das pulsiert, haben wir gesagt, wenn Sie da den Ultraschall draufhalten und die Farbe anmachen, also farbcodierte Duplexsonographie, Power-Doppler machen, dann sehen Sie so, da ist richtig wie auf eine Arterie Druck drauf. Das fließt, das ist eine, das fließt nur ganz langsam und das fließt ganz schnell. So, wenn ich jetzt meine normale Sklerisierungstherapie machen würde, das also mit einer Nadel direkt punktiere unter Ultraschallsteuerung und würde dann irgendein Mittel reingeben, dass es sich entzündet, dann würde das in dieser arteriovenösen Malformation, spritzt es da rein und es wird in dem Blutstrom sofort weggewaschen und landet dann irgendwo anders im Körper. Also das funktioniert nicht mit Sklerotherapie. Da brauchen wir etwas anderes, da brauchen wir die Embolisation. Eine Embolisation mit einem flüssigen, aber zähen Kleber, der auch in dem Blutstrom, in dem schnellen Blutstrom nicht einfach abgeschwemmt wird. Und das ist sehr speziell, das ist eine deutlich aufwendigere Therapie, da brauche ich viele Sitzungen und eine arteriovenöse Malformation. Am besten ist es, wenn Sie die komplett verschließen mittels mehrerer Embolisation und danach die verschlossene Malformation auch noch resizieren. Dann ist es nämlich operabel. Vorher ist eine arteriovenöse Malformation kaum operabel. Da gibt es, wenn Sie da präparieren, das blutet arteriell, das geht nicht wirklich. Da können Sie nur großflächig das komplette Gewebe wegnehmen. Das ist funktionell, aber dann auch nicht sehr befriedigend. Also erst Embolisation mit zähem Kleber zukleben, wie so ein Plastinat, und dann resizieren. Und das ist der grundsätzliche Unterschied in der Therapie. Deswegen müssen Sie genau wissen, was Sie haben, damit Sie auch genau die richtige Art der Therapie dort anwenden können. Und ich will Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Hier so, bitte, nächstes Slide. Okay, so funktioniert eine Sklerisierungstherapie. Wir reden hier über venöse und lymphatische Malformation. Ganz einfach. Sie sehen hier schematisch eine unter der Haut, eine venöse Malformation. Die wird anpunktiert mit einer Nadel unter Ultraschallsteuerung. Dann an dieser Nadel hängt eine Spritze dran. Dann aspiriert man. Wenn man aspiriert und es kommt Blut raus, dann weiß ich, ah, ich bin schön, ich bin in der venösen Malformation drin. So sieht es aus, wenn ich drin bin. Dann spritze ich ein bisschen Kontrastmittel und schaue mir an. Ah, so schaut es im Original unter Durchleuchtung aus. All diese schwammartigen Säcke, das ist eine venöse Malformation. Wunderbar. Und dann spritze ich hier genau da rein. Da war vorher Kontrastmittel. Jetzt sehen Sie hier, das Kontrastmittel ist weg. Das wird verdrängt durch den Schaum zum Beispiel. Man kann auch andere Sachen. Wir nehmen meistens dann Sklerosierungsschaum aus Etoxisklerol aufgeschäumt. Das spritzen Sie da rein. Das verdrängt das Blut und auch das vorher injizierte Kontrastmittel. Dann kommt es vor Ort zu einer Entzündung. Das ist nicht sofort zu. Das ist ganz wichtig für Sie zu verstehen. Es kommt zu einer Entzündung und erst wenn diese Entzündung, die erst mal mehr Schwellung hat, wenn die sich zurückbildet, diese Entzündung, dann verschließt sich das Ganze. Es ist wie, wenn Sie einen Schnitt machen, dann gibt es eine Wunde und die Wunde, die wächst zusammen und dann zieht es sich zusammen mit einer Narbe. Eine Narbe kontrahiert. Und dann haben Sie vielleicht ein kleines Residuum noch, das aber asymptomatisch ist und das ist ja nicht bösartig. Das ist in Ordnung. So funktioniert Sklerosierungstherapie. Nächster Slide. Das hier dagegen ist eine arteriovenöse Malformation. So sieht es aus hier. Dies ist so ein rötlicher, pulsierender, wie so eine Art, diese Schwellung, die rötlich ist und pulsiert. Sie sehen hier, die Patientin schwitzt hier auch ein bisschen mehr, weil es eben immer so warm ist. Und das ist die Infrarot-Thermographie. Da ist Wärme, wird hier weiß dargestellt. Sehen Sie, das ist hier die Läsion, die ist warm. In der Thermographie ist die weiß. Und das hier, und das ist der venöse Abstrom unter der Haut. Das sind diese Drainagevenen. Die sind natürlich auch, weil die einen viel höheren Fluss haben als normal, die sind natürlich auch warm. So, das ist eine arteriovenöse Malformation. Die kann ich nicht einfach anpunktieren und, und, ein bisschen durchschimmerndes Handskelett und da hat man oben in die Arterie Kontrastmittel eingespritzt und das, und dann sieht man, wie dieses Kontrastmittel hier runter fließt und hier, bis es dann langsam hier runter fließt, bis in die Finger. Und hier ist diese, die wir gerade gesehen haben, das ist diese Kurzschlussverbindung, diese arteriovenöse Malformation. Hier, das ist die eigentliche Pathologie. Das sind diese vielen kleinen Schanz netzartige Kurzschlussverbindungen und hier, eine Sekunde später oder nicht mal eine Sekunde später, hier schon dann der venöse Abstrom. Also bevor das Kontrastmittel überhaupt bis in die Finger gekommen ist, wird das allermeisten schon wieder über die Venen zurück abfließen. Das ist eine arteriovenöse Malformation. Da ist Bums drauf, da ist Druck drauf, da ist hoher Fluss drauf. Und Sie sehen, das sind auch, das wird gespeist aus ganz vielen feinen Arterien. Das ist nicht so leicht, das zuzuembolisieren, ohne, dass man diese Trägerarterie zumacht und dann hat vielleicht die Hand nicht mehr genug oder die Finger nicht mehr genug Blut. Das ist ein bisschen schwieriger. Nächstes Bild. Hier sehen Sie, das war jetzt die Ulnararterie, das ist jetzt die Radialarterie. Auch aus der Radialarterie sind mehrere Zuflüsse hier in diesen netzartigen Nidus, in diese Kurzschluss-Schandzone der arteriovenösen Malformation. also einfach eine Arterie zumachen und dann kriegt es keinen Strom mehr. Das funktioniert nicht, weil es meistens ganz viele netzartige Zuflüsse sind und die müssen Sie, und Sie müssen ja die pathologische Schandverbindung zumachen. Nächstes Bild, bitte. Sehen Sie hier nochmal, das ist jetzt so in der seitlichen Ebene. Das hier ist die Schandzone. In dem Fall habe ich das direkt anpunktiert. Hier sehen Sie die Nadel und wie so ein Plastinat diesen Schandbereich, dieses Netz ausgefüllt. Und das hier ist nicht die Zuführer der Arterie, sondern das ist eine der venösen Abstrom. Du musst also nicht nur die Schandbereiche, sondern musst auch ein bisschen in den venösen Abstrom rein embolisieren. Und dann sehen Sie das Ergebnis hier. Da ist sozusagen subtrahiert dieser spezielle Kleber, mit dem wir das immer alles verschließen. Und da ist anpunktiert und da sehen Sie, dass alle original Hand- und Fingerarterien erhalten sind. Und dieses Schandteil hier, diese Arteriaminöse Malformation verschlossen ist. Dann werden wir sekundär, auch wenn es hier wunderbar zu ist und wir keine Pathologie hier mehr haben, dann wird man trotzdem immer noch anstreben, um ein Rezidiv über Jahre zu vermeiden, falls doch noch irgendwelche kleinen Mikrofisteln übrig geblieben sind, die dann proliferieren, die mehr werden, da Dingens auch noch rausschneiden. Und wenn es so zu ist, dann kann man es auch rausschneiden, weil dann kann man präparieren, ohne dass es ein wahnsinniges Blutwerk ist. Nächstes. Okay, ich mache immer unmittelbar nach der Embolisation, hier war die Arteriaminöse Malformation, mache ich auch noch mal eine Thermografie und Sie erinnern sich, hier ist die Läsion, das ist genau das korrelierende Bild, da ist es jetzt nicht mehr warm, das ist nicht mehr weiß. und hier ist es eher sogar jetzt, das ist gut, da ist es ein bisschen wärmer, weil die Faust ein bisschen geschlossen war und offen war, da geht es mir nur darum, ob es hier nicht sozusagen kälter ist. Es ist einfach ein Test dafür, ob ich vielleicht doch irgendwo eine Arterie zugemacht habe, die für die Fingerversorgung wichtig ist und wenn ich hier sehe, die ich dann wieder irgendwie eröffnen müsste und wenn ich sehe, alle Fingerchen sind warm, da freue ich mich, dann ist alles gut. Nächstes Bild. Hier sehen Sie einen Jungen mit einer kombinierten lymphatischen Malformation, die ausgedehnt war, im Halsbereich war, auch innen ist, die die oberen Luftwege zugemacht hat und wie Sie sehen, die auch ins Auge, in die Orbiter reingegangen ist, sodass er wirklich in seiner Sehfähigkeit, Sie sehen hier auch die große Schwellung und Sie sehen, dass das Auge auch eine ordentliche Chemosis und lymphatische Malformationsanteile die das Auge im Sehen behindern. Auch das kann man behandeln, aber das ist halt dann technisch ein bisschen aufwendiger, aber es ist im Prinzip, Sie haben gelernt, lymphatische Malformation, Slow Flow ist eher was für eine Sklerosierung. Hier sehen Sie die MRT, alles, was hier so hell ist, alles, lymphatische Malformation, hier die ganze Orbiter, hier ist das Auge, das Auge ist nach vorne gedrückt, auch hier nochmal, da sehen Sie dann die Anreicherungen zum Teil, das sind mikrozistische Anteile, hier und hier alles, lymphatische Malformation, Sie sehen, dass das Auge hier auch ein bisschen rausschaut. Das ist eine Situation, da müssen Sie diese Anteile hier behandeln, die in der Orbital sind, damit das Auge wieder zurück kann. Nächstes Bild. Das macht man im Prinzip unter Ultraschallsteuerung, auch in der Angiografie, aber lymphatische Malformation, Sklerosierung. Hier sehen Sie in Ultraschall das Auge und hier sehen Sie ein paar kleinere Anteile neben dem Auge, die so typisch zystisch sind. Das sind Anteile der lymphatischen Malformation. Nächstes Bild, bitte. Das punktiert man dann an unter Ultraschallsteuerung. Hier sehen Sie von vorne, hier ist die Orbiter, also oberhalb des Auges, sticht man dann ein. Hier, das ist die seitliche Ansicht, das Auge ist unmittelbar hier drunter, muss man möglichst nicht durch, sondern vorbeistechen, hier in die Orbiter rein, bis man Anteile hat von der lymphatischen Malformation, die gut behandelbar sind. Nächstes Bild, bitte. Man spritzt dann zunächst etwas Kontrastmittel und schaut, ah ja, hier, das sind Anteile der lymphatischen Malformation in der Orbiter, so sieht es von vorne aus und dann spritzt man das Sklerosierungsmittel in diese lymphatische Malformation. Es kommt wieder zu einer Entzündung, da muss man aufpassen, dass es nicht zu viel Entzündung wird, weil es sonst noch dick wird und erst recht auch zu Problemen führen kann. Nächstes Bild. Und dann sehen Sie, dass es nach zwei Sklerosierungen tatsächlich komplett wieder in Ordnung war, die lymphatische Malformation geschrumpft ist und das Auge wieder in Ordnung ist. Am Ende ist das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das, was wir alle 20 Jahre lang gesagt haben. Jetzt gibt es aber doch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Unterscheidung zwischen Gefäßtumoren und Gefäßmalformation wahrscheinlich doch nicht ganz so leicht ist, wie wir uns das immer gedacht haben. Hört sich gut an, lässt sich leicht kategorisieren, aber wenn Sie es so machen wie Morpheus und die rote Pille nehmen und dann tatsächlich die Wahrheit wissen wollen, dann muss ich Ihnen das nächste Slide zeigen. Also das ist ein Patient, den ich schon länger behandelt habe. Sie sehen hier von vorne betrachtet, hier ist der Hals, da ist das Hirn, verschiedene Schichten, da sehen Sie hier die venöse Malformation. Das war die Ausdehnung der venösen Malformation. Damals, 2006, habe ich dieses Kind behandelt. Nächstes Slide. Gleiche Patient, das war 2019, die MRT, also 13 Jahre später und Sie sehen hier die Ausdehnung der venösen Malformation. Also da war, da können Sie nicht davon sprechen, dass irgendwie ein Schwamm aufgeblasen ist, sondern das ist tatsächlich mehr geworden. Da war vorher keine Malformation und da ist jetzt eine. Wie kann es sein, dass eine Malformation sozusagen wächst, wenn es doch eine angeborene Fehlbildung sein soll? Und diese Verläufe, die kennen alle von uns hier schon längere Verläufe übersehen, die wissen, es gibt ein paar Patienten, die haben sozusagen einen echten Progress. Da taucht diese Fehlbildung noch irgendwo auf, wo sie vorher nicht auftauchte. Das sind nur wenige Patienten, aber die geben, tut es die. Gut, wir sehen also, dass bei einigen wenigen Patienten hier ein tatsächlicher Progress, wie bei einem Tumor, ein Wachstum stattfindet. Wie können wir das erklären? Nächstes Slide, bitte. Ganz einfach, wir wissen heute deutlich besser als früher, was die Ursache für das Entstehen einer Gefäßmalformation ist. Und zwar unterschiedlich zu den, ist es eine Slow-Flow-Malformation, also venöse und lymphatische Malformation. Dann wissen wir, dass es in den betroffenen Zellen der Malformation eine Mutation gibt, eine Regulationsstörung in einer sogenannten Signalkaskade. Bei venösen und lymphatischen Malformationen sind diese Störungen der Signalkaskade in aller Regel im PIK3CA Act-MTOR Signaling Pathway und bei den High-Flow-Arteriovenösen Malformationen meistens im Ras-Raf-Mapkinase-Erg Signaling Pathway. Und diese beiden heute identifizierten genetischen Ursachen für das Entstehen einer Gefäßmalformation die regulieren sozusagen die Zellreife, die regulieren aber auch das Zellwachstum. Und wenn Sie hier ganz ans Ende unten hinschauen, was machen denn die? Was passiert, wenn diese Signalkaskade hochreguliert wird oder diese? Nämlich, es geht Anti-Apoptose und Proliferation. Sprich, wenn Sie die hochregulieren, dann proliferieren Zellen. Und das ist die Ursache. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht zu wundern, dass auch bei einer Gefäßmalformation im Laufe eines Lebens ein gewisser Gang drin sein kann. Und dass Gefäßmalformationen manchmal auch ein bisschen einen Progress haben können und bei einzelnen Patienten fast tumorartig auftreten können. Auf der anderen Seite ist es aber so, das war die schlechte Nachricht, jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir dadurch, dass wir das jetzt alles so wissen, auch spezifisch mit Medikamenten eingreifen können und an verschiedenen Punkten hier diese hochregulierten Signalkaskaden durch Medikamente bremsen können. Und da passiert immer mehr, Sie haben mit Sicherheit schon gehört, der klassische M-Tor-Inhibitor des Sirolimus. Damit können Sie die pathologisch hochregulierte Signalkaskale, die auch zur Proliferation führt, Bremsen wieder in einen normalen Bereich bringen. Und das ist die gute Nachricht, die ich Ihnen heute auch noch geben wollte. Letztes Slide. Sie wissen, und es ist heute, denke ich, auch wieder rausgekommen zur Behandlung zur Klassifikation und zur Behandlung von Patienten mit angeborenen Gefäßfehlbildungen oder vaskulären Tumoren, die den ganzen Körper betreffen können, ist Wissen aus verschiedensten medizinischen Bereichen notwendig und das Ganze ist interdisziplinär. Und das ist auch etwas, was ich Ihnen sagen will, gehen Sie zumindest für die Diagnose, damit man wirklich weiß genau, was Sie haben und auch planen kann. Schauen Sie, dass Sie einmal vielleicht in Ihrem Leben, damit die Diagnose dann auch stimmt, in ein Zentrum gehen, das interdisziplinär aufgestellt ist und das sich schon lange beschäftigt damit, denn am Ende brauchen Sie Spezialwissen aus all diesen medizinischen Bereichen, um zu einer wirklich korrekten Diagnose und damit auch am Ende zu einer korrekten Therapie zu kommen und das letzte Slide. Am Ende ist es so, the journey goes on, also alles das, was ich 20 Jahre lang gesagt habe, dass vaskuläre Malformationen, vaskuläre Tumoren so unterschiedlich sind, heute weiß man, so ganz so unterschiedlich sind sie nicht und ich bin ziemlich sicher und auch sehr neugierig auf den weiteren diagnostischen und therapeutischen Fortschritt, den wir in diesem Bereich haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.